so hallo jetzt kommen hier am sonntag um 18 30 auf meinen kanal pick oder können wenn es bin wir spielen mal wieder nach langer zeit richtig spiele ich für euch band wird 20 42 ihr was zum lachen und könnt euch beknittern bekichern wie auch immer wie scheiße ich bin und ich mache einfach nur eine unterhaltung ich würde sagen lange rede kurze sinn wir spielen jetzt richtig team deadmatch los geht's na ja wir starten auf jeden fall ich höre was ich glaube es geht los wir nehmen trotzdem mal die zeit weil ich möchte gerne sie macht minuten kriegen ok wir gehen rein wir gehen rein los geht's die karte ja die karte ist okay beim sturmgewehr schützen da habe ich nämlich meine waffe ja damit kann ich auch ein maß umgehen und ich weiß nicht wie lang es geht aber ich glaube wir kriegen noch volle aufnahmen hin woher habe ich von hier aus gehütet aber nicht gekillt weil ich dann erzählen heute also heute ist nicht mein tag wenn zum zielen geht bin ganz ehrlich durch also wir rennen die richtung weil da waren eben noch ein gegner kontakt deswegen auch immer dahin und ihr wisst ich bin nicht der beste in game ich verbrachte auch nur zu reinen unterhaltung aber man hat das gefühl dass meine leute schon hier sind panzerplatte immer wieder gut wir nehmen es mal mit noch feld gucken weil sie fliegt sehr weit ist direkt nehmen die explodiert so ganz gehen ob hier ist doch jemand ich sehe nur kein naja wie gesagt die karte ist optisch ist sehr schön aber wort zu fangen ist natürlich scheiße und der gegner sucht also hier oben zum knallt aber ich sehe keinen danke ich sehe nichts jetzt gibt es noch nicht jetzt mal ohne scheiß was ist das ich kriege dich also ich rass gerade nicht wo ich hier entschießen soll ich raffe gar nicht irgendwo von dahinten wird geschossen ja ich wollte gerade auf ihn zielen und schießen jetzt ohne scheiß haben wir ihn an die töter da die töter me an die töter an die töters die maids das habe ich auch noch nie nur arschlöcher und anmarsch nordosten battle field das ist schon ein sehr sehr derbes game oder da sind ausdrücke träne junge 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 aber das ist halt krieg mein problem ist wie gesagt entweder sehe ich kein oder hinten dahinten von kürz vielleicht treffen nicht aber er trifft mich ist ist auch okay so es tut mir leid dass ich jetzt wieder mal so echt geile runde hier im battlefield ab liefere jetzt sehe ich natürlich wieder keinen sehr schön ok weiter geht's ich glaube wenn ich das funkeln sehe bin ich doch eigentlich tot oder toll ist ja schon wieder weg oder tot was ist denn hier los jetzt verarscht ich mich doch hier ich sehe und sehe kein oder irgendwie ich weiß es nicht jetzt wurde ich jetzt verarscht ich mich in dem game dann die töter ein sanité oder dann sterben wir mal selber also ich habe schon lange kein battlefield gezockt auch nicht für den kanal muss sagen läuft gerade echt bescheid ich möchte auf den fall unten ja danke funktioniert echt bescheiden ich sehe den bloßen auge ich kann dir nicht anvisieren ist super braw bist du dir kann ich halt nicht kommen zum hielen ohne scheiß ich raffe gar nichts hier ich finde die karte optisch ja schön aber nicht zum feiten ohne scheiß ich kriege nicht was ist denn hier los kommen wir vor dass ich der erste der erste gamer schlechthin voll der noob ich raffe wirklich nichts und scheiß entweder sehe ich sie nicht oder ich werde getötet also beide also oder ich sehe sie und kann sie nicht anvisieren ja soll ich für so beschissen runde battlefield aber hey es geht nicht darum der pro zu sein es geht einfach nur darum spaß zu haben kann man bei so einer runde spaß haben ja ich schwöre ich habe auf seinen kopf gezielt er jetzt hier und scheiße läuft irgendwas verkehrt ja ich sterbe mal irgendwie ist kein sanitäter da ich wollte ich wollte hier nein hilfe danke oh mein gott nein wurde was denn das mit dem armen er jetzt war ohne scheiß hier läuft doch irgendwas bei den game falsch oder irgendwas läuft doch heute falsch ich habe selbst auf der karte schon mal ein paar geile kills gemacht aber irgendwas läuft doch gerade mächtig daneben auch martin enthalten also wie gesagt irgendwas aus meiner sicht läuft daneben weil ich heute ja gar nichts denn ich habe nicht mal einen kill gemacht und wenn ich wirklich anvisieren behaupte ich habe betroffen sagt das spiel wie gesagt ich sehe niemand und scheiß wo war denn echt bescheiden gerade echt und scheiß also schäbe ich mich gerade ja ohne scheiße ich bin ehrlich durch ich schäme ich gerade ich bin ego shooter spieler ich bin cd spieler warum stirbt er nicht das war doch voll drauf jetzt war ohne scheiß die gegner seite entschieden doch mehr sei die tötet mich nicht hallo ja auch geil für ein stampen oder so ohne ungefähr oder ja das ist mir also keiner hielt mich das ist den allen zu gefährlich oben auf der auf der lüftung sich mal auf der lüftungs ab luft an saug luft ich habe keiner mich laber ich habe jetzt die woche keine videos gebracht ich bin geistig so raus ich kann noch ein schlechter reden als sonst aber ich krieg das irgendwie mit dem moderieren aber passt schon wenn ihr bock habt lasst doch mal mit leids abo da umsonsten ja ansonsten bleibt das video empfiehlt mich weiter ich bin so scheiße dass man mich auf jeden fall sehen kann ja wo denn ist da über eine lang gelaufen das habe ich doch genau gesehen jetzt wurde ich fühle mich ich fühle mich echt war ein weiter stehen wo läuft denn er hin ich habe wirklich gar nichts ich bin jetzt ohne scheiß was soll denn das ich treffe nicht auf was ich ziele und jeder trifft mich natürlich kann man sagen du bist einfach scheiße ja natürlich gerade einfach scheiße meine gute erste kill ja ich musste auch nachladen das kann doch nicht sein dass die mich hier wegkrotzen bei jeder scheiß gelegenheit aber die sind fast unsterblich man ich habe gerade erst einen kill gemacht einen kill das ganze in neun minuten spiel einen kill in neun minuten nice problem ist einfach ich weiß noch nicht wie die ganzen granaten werfen muss ich muss da wirklich überlegen das dauert dann auch ein bisschen lange danke ich wollte eigentlich deine granate ich schwöre ich habe keiner muss hier tue unscheiß ich stelle mich gerade wirklich wie der erste gamer hier an ich habe wirklich keine augustruhe sich nur nein was hey ich habe keine panzerwester genommen du sauerl der panzerplatz habe ich mir gerade eingeführt da das kann man ganz 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 falsch verstehen um man es läuft euch bescheiden ein kill einen verdammten kill der nummer zwei man ich wollte gar nicht hoch der nummer drei man da habe ich mal glücke kommt da von hinten an einen rand und kann ihn bilden und dann kommt ein anderer von hinten und gilt nicht wie sagt man so spielt das lebens der lawine aber man aber drei kills drei kills alter läuft jetzt macht wieder spaß drei kills so kann es gehen ich kann doch töten es liegt doch nur an mir und nicht an dem game die artel nummer 4 das ist ja doch schlimmer zum cd bis gerade am nachladen und dann trotz sich da irgendeiner weg an die töter ja 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 dann die töter dann die töter dann die töter dass der feind die kontrolle hat ist mir schon aufgefallen das ist ich möchte und auf den pfeil und scheiß wie kontrolle ist das so ärgerlich da unten auf diesen zufall 2 zu kommen die zufalls regeneration ich schwöre ich wusste danke mal gucken ob du am leben bleibt dass der liegt von dir ja natürlich als du bist gesporte wird gleich wieder der kopf geschossen also ich glaube dass die gegner entschieden obwohl ja doch 193 die tippen ich will auf dem zug ich will nicht da ich wollte zum zufallfall aber da komme ich irgendwie so selten hin ich weiß nicht warum durch die bäume durch so geht das man trifft trotzdem nix das ist so toll jedes mal an der platte verloren ach so ok wer hätte das gedacht ich nicht was soll ich sagen was soll ich sagen das war eine echt bescheiden runde was habe ich vier kills vier kills 334 kills ja war gut war echt gut natürlich wenn man bedenkt wie scheiße es gestartet hat wie jeder der bis hin geschaut hat danke 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 kurs geht raus ich würde sagen wenn ihr bock habt lassen aber da schreien kommt da wird die glocke like das video ist habe ich das schon gesagt keine ahnung ich bin hier mit raus europäglück oder können schaltet um 19 30 ein wenn es heißt apex was habe ich gespielt waffen spiel und lasst euch beraten wie viel kehrt sich da gemacht habe damit bin ich raus wünsche euch einen schönen rest sonntag peace